Ihr wollt wissen, wie wir jetzt die Munition in die Drohnen kriegen? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Kiffchen. So. Wir wollen Batterien darüber bringen. Ich war so frei und hab... ...das Stückchen da, von dort oben, darunter schon mal angeschlossen. Und innen drin hab ich noch Container gesetzt, als kleinen Zwischenpuffer. Das zeige ich euch aber gleich noch. Dann haben wir nämlich das auch abgeschlossen. Ah ja, und unten die vordere Wand hab ich nicht mehr bis unten gezogen, sondern weggemacht. Und dann da ein paar Pillars reingesetzt. Ähm... Leider... ...nicht so schön, wie ich's gerne hätte. Aber das wird alles in die, ähm... ...Container da unten reinklippen. Da hatte ich jetzt nicht so'n Bock drauf. Oder hinten, äh, auf der anderen Seite in, ähm... ...hier die Bänder, die da unten liegen. Und deswegen hab ich das gelassen. Hab ich mir gedacht, mach's immer nicht. Und dann hab ich mir gedacht, warum... ...soll ich mir den Stress machen, jetzt ein komplettes Band da hinten hinzulegen. Wir haben... ...hier... ...aus den Kopf an der Decke gestoßen. Das war nicht... ...ne, das hat's weh gesagt. Ähm... Wir haben hier dieses tolle Band, auf dem man quasi nie was vorbeikommen sieht. Das genau in die Richtung läuft. Und was da vorbeikommt... ...sind... ...ab und abend mal ein Jodfilter. Hier ist gerade, glaub ich. Da hinten ist gerade einer runtergelaufen. Und... ...manchmal auch ein Gasfilter. Wie krieg ich das eigentlich hin? Der braucht 3,75 davon. Und der macht... Oh, 7. Okay. Äh, passt ja. Einer geht da rein, einer geht da runter. Einer geht da rein, einer geht da runter. Und der macht genau das Doppelte von dem, was der braucht. Ist ja super. Also wir haben hier Platz. Hier drauf, das läuft wunderbar weg. Geht da hinten hin. Wir müssen also da vorne einfach nur... ...ja, das abzweigen. Im Moment würde ich es einfach damit riskieren, dass ich die Batterien da drauflege. Weil ich da bin, sind die definitiv schon durch. Die gehen irgendwie hinten dann in den Schredder. Mein Gott, ist halt so. Jetzt nur die Frage, wie mache ich das am sinnvollsten? Aber ich glaube, das sinnvollste, was ich machen kann, wäre... ...wenn ich... ...die Musik wechsle. Dann... ...nochmal da drauf gucken. ...wenn ich hier einen Fusunator hinpacke. Sagen wir mal... ...hier wäre... ...ne, ist doof, wegen da unten. Machen wir so. ...oder machen wir... ...hier unten mit dem Splitter drauf. Wie machen wir den Splitter denn? Machen wir den Splitter mit... ...machen wir den intelligent oder machen wir den nicht so intelligent? Da hinten brauchen wir einen Intelligenten, aber hier... ...hier ist das, glaube ich, relativ egal, weil... ...die ballern eh raus, wie blöd. Also... ...hier ist das, glaube ich, da ungefähr hin. Und dann geht der Spaß da rein. Wie man sieht, Batterien laufen, die kommen jetzt schön da unten raus. Wir machen 30, der braucht 3,5 oder so was. Deswegen soll der Spaß erstmal da hinten sich auch ein bisschen anstauen. Das ist natürlich jetzt doof, dass die... ...geschreddert werden, aber ist auch kein Problem. Weil... ...wir setzen... ...ähm... ...setzen wir den hier hin oder setzen wir den... ...ich glaube, wir setzen den dorthin. Weil das ist so ein bisschen... ...das ist genau der Weg, wo wir drauf wollen. Und da ist das dann einfach. Wir können sagen, wir hätten gerne... ...das dort. Und sagen, linker Ausgang sind Batterien. So, geradeaus ist mir egal. Mach alles raus. Links Batterien. Und da kommen immer mal wieder welche. Und das geht... ...dorthin. Ich muss nur die Batterieproduktion auch mal ein bisschen hochfahren. Da muss ich gucken, was wir noch brauchen. Aber im Moment... ...laufen die schön da oben hin. Haben wir gerade nicht vier an. Du läufst gerade durch. Warum sind jetzt zwei geradeaus durchgegangen? Okay, das ist doof. Muss ich hier echten Programmierbahn-Splitter hinmachen? Oh, Moment. Da muss ich beliebig hin. Da muss alles Unbestimmte hin. So, dann funktioniert das auch wieder. So, dort unten kommt der nächste. Ich muss gucken, dass im Zweifel die Batterien da hinten nicht stehen bleiben. Die brauche ich alle nicht. Sondern ich brauche... ...da den. ...und dann geht das Ganze bis dorthin. Komm her. Hängen kannst du noch. So ein Tief. Komm, dann machen wir es halt so. Da hin, da rüber und von dort gehen wir nach da. Und von dort und da dran. Die Batterien laufen rein. Wunderbar. Ja, kommt immer auf mich. So. Die werden... Das gucken wir uns jetzt eben gemeinsam an. Gehen wir da rein. Schön mittig. Die werden jetzt hier wunderbar aufgeteilt. In die beiden Richtungen. Da hinten rein. Und jetzt müsste jeder... Äh, nee. Müsste eben nicht. Weil die gehen ja erstmal durch. Also es war das gleiche, wie ich es vorher schon hatte. Nur, dass die Batterien halt... Wie heißt das? Also, dass die Dinger hier direkt davor standen. Jetzt ist halt Container zwischen. Ist nie so viel passiert. So. Ich habe noch keine Ahnung, wie viele Batterien wir nachher brauchen. Aber hier sollten... Oh, da sind 16 drin. Da sind noch... Warum sind hier noch keine drin? Du stehst an. Okay. Da war was mit dem Strom. Den hatte ich ja mal abgezogen. Ähm. Hinter. Da habe ich noch mal was versetzt. Stimmt. Den brauche ich. Zack. Da... Knapp daneben ist auch vorbei. Ich hätte mich gerne dort dran. So, jetzt dürften die auch reinlaufen. 21. 22. Kommen wir hier. Noch 21. Noch 21. Also die sind bis auf die eine hier. Warum auch immer. Sind die relativ gleich. Das passt also. Da kommen schön Batterien an. Ich habe keine Ahnung, wie viel pro Minute. Aber das wird wohl passen. Ähm. Ich gehe davon aus, dass wir das nochmal hochschrauben müssen. Damit das Ganze funktioniert. Wenn wir mal eben einmal gucken gehen, wie viel das denn wäre. Oder was wir so brauchen. Ob das eine einfache Geschichte ist. Weil... Die sind dann schon kritisch. Das, was wir... Ähm... Obliegen. So. Warte, brauchst du denn für Batterien? Du brauchst Schwefel. Das scheint hier anzulegen. Ähm. Auch gut anzulegen. Dominium Plattenkursch. Das ist nicht alles gut anzulegen hier. Kriege ich hier irgendwie noch ein... Also klar, hier oben. Moment. Da oben werden auch noch Batterien gemacht. Ach nee, da oben gehen Batterien hin. Im Zweifel. Jo. Wenn sie gebraucht werden für die Dinger. Aber das ist ja Quatsch. Das sind... Ich brauche die Teile hier ja gar nicht mehr. Ne? Ja, ich bin voll. Also... Vielleicht bauen wir den hier um. Da muss ich nochmal gucken. Aber im Endeffekt... Die Teile sind da hinten voll. Die brauchen wir nicht mehr. Da könnten wir... Ups. Den... So. Den Kollegen einmal ausschalten. Schon mal. Müssten dann die Teile rausnehmen. Die können wir aber alle... Ja. Ja, da gucken wir. Also mit dem arbeiten wir dann. Und machen da... Lieber Batterien draus. Dann hätten wir nämlich die doppelte Menge. Und dann passt das schon. Und... Hier ist ja genug gepuffert. Ich lasse jetzt auch da drüben extra puffern. Dann passt das. Okay. Wunderbar. Hier geht gar nicht so schnell raus, wie... Die Drohne fliegen würde. Am Ende. 200 Batterien sind drin. Also... Wenn die Drohne mal wieder ein bisschen was liefern kann. Also muss ein Stack frei sein. Dann funktioniert das. Wahrscheinlich muss die auch erstmal wieder leer werden. So ab und an fliegt die mal. Okay. Das heißt, wir haben jetzt... Ähm... Hier ist soweit alles angeschlossen. Das sieht richtig scheiße aus. Das muss ich mir noch anders überlegen. Weil das auch relativ glib alle ist. Kriegen wir hin. Wir haben die Drohne, die da hinten hinfliegen würde. Wunderbar. Dann. Wollen wir doch mal gucken, dass wir uns einen kleinen Plan machen. Und zwar brauchen wir... Drohnenlandeplätze. Hier. Die haben wir schon in der Liste. Das ist wunderbar. Ähm... Wir brauchen... Auf jeden Fall... Intelligente Splitter, oder? Hier. Wir brauchen Merger. Äh... Logistik. Ja. Merger. Dafür brauchen wir... Äh... Wir haben... Also 12... Nein. Dafür brauchen wir 12 Stück. Haben wir auch alles. Und wir brauchen Container. 12 Stück. So. Das heißt, wir müssen jetzt da unten nochmal... So. Wupp. Dann, äh... Stack Stahlträger, Stack Stahlrohre kriegen. Und ansonsten haben wir hier eigentlich... Au. Ruckel doch mal eine Runde. Wunderbar. Ähm... So. Hier dran. Das kann ich dann eben beiseite legen. Wovon bräuch ich denn gerade nicht mehr so viel? Ähm... Nicht mehr so viel. Du kannst definitiv weg. Du kannst definitiv weg. Wir haben vier Stück hier frei. Packen uns einen davon rein. Damit sind wir damit durch. Packen uns einen... hier von rein. Fertig. So. Wir gehen gerade auf die 2500 von unserem... Montageleitsystem. Im Zoo ist auch gut. Das heißt, wir fliegen jetzt in den Zoo. Wir setzen uns in den Zoo. Und fahren eben... da drüben hin. Wir können mal wieder eine kleine Zugfahrt machen. so. So. Oh, das Signal mir doch egal. Da geht's hoch. Wunderbar. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Beton habe ich dabei. Ja. Sollten wir mit auskaufen. Also dann setzen wir da drüben, suchen wir uns eine schöne Stelle, machen Platte hin. Da kommen die entsprechenden vier Drone-Ports hin, die bekommen dann die Container da vorgesetzt als Eingänge, damit wir dann mit einem da reinkommen. Batterien werden von den anderen Drohnen mitgenommen, damit die halt hin und zurück schaffen. Das heißt, da müssen wir uns nicht extra drum kümmern. Ist dann halt nur die Frage, wie weit ist das und kommt das hin? Also bringe ich genug Batterien rein, damit die kontinuierlich fliegen können. Jetzt ist das aber auch nichts Kritisches. Also selbst wenn die nicht kontinuierlich fliegen am Anfang, ist das ja egal. Dann versuchen wir auf jeden Fall die Batterieproduktion hochzusetzen. Ich hätte auch einfach ein paar Power Shards reinpacken können. Das wäre auch eine gute Idee gewesen. Ich glaube, das machen wir nachher noch, wenn wir zurückkommen. Ich meine, das wird ja jetzt nicht sofort sein, aber grundsätzlich. Wir haben wohl so einen großen Wall. Bremsen, 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 Bremsen. Du schaffst das, du schaffst das. Du bleibst stehen. Boah ey. War noch ein Ticken zu früh. Das habe ich jetzt nicht vermutet. So, wunderbar. Hier ist diese absolut faszinierende Produktionsstätte für, ich habe keine Ahnung alles. Ich bin ein bisschen fasziniert von dem, was wir uns hier aufgebaut haben, hier unten. Das sollte mal als kleines Projekt anfangen. Wir haben uns einen Bahnhof gebaut. Wir haben uns eine Produktion für Schießpulver gebaut. Dann ist es irgendwie eskaliert. So. Einmal hier rüber. Eigentlich wäre es sinnvoll. Oh, wir haben hier eine Riesenplatte. Ne, da mache ich keine. Auf gar keinen Fall. Ich war jetzt am Überlegen, hier oben das dann rüber zu ziehen und zuzumachen. Das komplette Programm. Wo ich mich schon wieder frage, warum hier dieser Versatz ist. Okay. Der ist halt ein niedriger als der. Ja, sieht doof aus. Aber hier. Also, wenn ich hier keine vier Drohnenports und die Dinger hinkriege, die paar. Äh, unter. Ja, Transport. Ich muss aufpassen. Das ziehen wir breiter. Da muss ich mich ein bisschen gucken, wo jetzt der Punkt ist, wo ich dann nicht mehr hinstellen darf. Äh. Nicht abheißen, sondern besuchen will ich. Komm her. Komm, 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 komm. Ab. Wenn ich da hin gehe und Betonwand ziehe. Danke. Ja. Okay. Der war zu weit. Das wollt ihr eigentlich nur wissen. Sechs Stück. Darüber. So. Dann haben wir die Platte hier ein bisschen. Nein. Erweitert. Okay. Da passt Zeug hin. Jetzt müssen wir einmal hier gucken. Einmal da drunter. Nicht jetzt. Ich bin einem zu weit hinten gewesen. Komm hier runter. Immer noch. So. Jetzt haben wir doch auch hier eine vernünftige Ansicht. Ja, ist ein bisschen schief. Okay. Gehen wir zwei davon rein. Heißt. Homeport. Sitzen wir. Gehe ich denn da so hin? Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, das war eine echt gute Idee, das so zu machen. Jetzt habe ich die schön hier nebeneinander. Perfekt. So. Dann. Haben wir gesagt, wir brauchen diese Natur. Warum habe ich zwölf? Ich brauche vier. Ist ja auch egal. Wir haben jetzt. So. Die setzen wir. Ein bisschen Abstand. Also so. Eins. Zwei. 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 Und. Vier. Und dann. Wenn wir die hier auch wieder rausnehmen. Gehen wir auf die. Davon auch mal zurück. Das fangen wir so an, würde ich sagen. So sollte ich passen. Hier einnehmen. Und hier mal runter. Das war zu tief runter. Da. Okay. Die haben wir. Dann haben wir da. 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 Ja. Ja. Da. Und den gleichen Spaß machen wir nochmal hier. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die richtigen Sachen zusammenpacken. Weil eigentlich alles ist auch scheißegal. Ähm. So. Wo habe ich meine schöne Liste? Ich bin nämlich von oben nach unten durchgegangen. Und dann machen wir das nämlich auch so. Oder versuchen das zumindest. Da haben wir sie. Okay. Das heißt. Wir wollen. Erstmal. Fließen wir den Spaß an. Strom muss auch noch dran. So. Strom muss noch dran. Genau. Genau. Muss ich mir merken, dass da noch Strom drin ist. Das haben wir drin. Wir haben das drin. Wir haben das drin. Genau. So. So. So holen wir uns den Strom weg. Strom hätten wir gerne. Eins, zwei, drei. Moment, das machen wir mal anders. Das spart nämlich noch mal ein bisschen was. Uns fehlt Turbodraht dafür. Habe ich hier Turbodraht? Okay, da wird er sogar produziert. Nein, wir haben auf gar keinen Fall Turbodraht hier. So. Zack. Da dran. Da dran. Und... Was, du bist voll? Wieso bist du voll? Eins, zwei... Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, einer müsste noch... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da müsste noch einer frei sein. Da müsste noch einer frei sein. Bin ich... Blöd? Es geht einer, ein Kabel rein. Da sind drei. Da sind vier. Fünf, sechs. Wo sollen die sieben sein? Wenn ich hier drunter bin, gucke ich da oben... Da waren zwei. Oh Mann. Äh... Danke. So. Alle angeschlossen. Wunderbar. Eieiei. Ja, jetzt kommt leider der blöde Part. Ich muss mich entscheiden, wo fange ich an mit dem Anschließen. Wenn ich sehe, dass hier direkt die Gewehrmunition ist. Die Gewehrmunition kommt in den zweiten rein. Ich meine... Das wird sich quasi hier anbieten. Den direkt abzuziehen. Dort mit reinzuziehen. Ich hätte was für Schilder mitnehmen müssen. Das wäre auch clever gewesen. Weil ich glaube, die kann ich jetzt gerade nicht bauen. Äh... Organisation ist da drunter. Hier... Oh doch, kann ich. Wir machen nur eben... Schilder dran für Icons. Damit ich weiß, was wohin muss. Das wird uns jetzt wahrscheinlich diese und nächste Folge beschäftigen. Weil diese Folge ist so gut viel zu Ende. Ähm... Dass wir Zeug hier reinbringen. Und zwar immer an die richtige Stelle. Das ist der interessantere Part. So, wir brauchen hier... Ähm... Bild auswählen. Da kommen die Nobelisten hin. So. Bild auswählen. Hintergrund hätte ich gerne einfach nur schwarz. Ähm... So. Bild auswählen. So. 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 Dann haben wir hier. als nächstes die Splitter. Als nächstes die Splitter. Da sind die auch direkt. Erst wiederum ist gerade praktisch. Die sind echt nah dran. Und da kommen die Nukleisten rein. Das waren diese hier. Ja. Wunderbar. So. Ähm. Du hast dafür als nächstes Priwehrmunition. Die kommt hier rein. Ähm. Gewehrmunition. Dann kommt hier. Die. Die. Zielbesuchmunition. Nee. Ich will das Schild machen. Ist das Turbo oder Zielsuche? Und was ist das? Gewehrpatronen. Gewehrmunition. Okay. Ich hab auch noch die alten Bilder eröffnet. Wunderbar. Das ist Zielsuche. Dann kommt hier. Turbo hin. Äh. Turbo ist da. Nach Turbo. Komm. Eisenarmierstapel. Das sind diese. Dort kommt. Betäubungsscherben hin. Nein. Da kommt Scherben hin. Das andere war Betäubungsscherben. Ist diese hier. Und da müsste dann Explosionsstapel hin kommen. Äh. Bild auswählen. Das sind diese. Wunderbar. Okay. Damit haben wir das auch schön schon mal angezeichnet. Und wir können tatsächlich hingehen und sagen. Wir möchten gerne hier vorne einen Förderbandsplitter hinsetzen. der uns die Gewehrmunition direkt dort rein liefert. Ist sogar. Der fast gerade. Wunderbar. Ja. Du machst jetzt gerade die Drohne hier voll. Das ist mir aber noch relativ egal. Hauptsache. Ähm. Hier passiert überhaupt irgendwas. Das kann ich nachher immer noch löschen oder wie auch immer. Oder. Ja komm. Ich mach das. Ich mach das einmal so. Das ist ein bisschen einfacher. Die nehm ich mir. Und pack sie hier rein. So. Ähm. Also heißt. Die reiß ich nochmal ab. Damit das nachher auch wirklich schön als Gemischbahn da reingeht. Das ist ja der Plan von dem Ganzen. In der Hoffnung, dass das halbwegs funktioniert. Wie gesagt. Das ist kein System, das mega perfekt sein muss. Aber dann geht's. So. Wir haben schon wieder 32 Minuten. Das heißt. Ich mache jetzt nichts mehr. Ähm. Außer zu sagen. Das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar für euch. Da fühl ich mich riesig drüber. Und damit. Macht es gut. Gäffchen. Tschüss.